Ich schweb in der Luft? Ja. Ja, das ist eigentlich nicht der Sinn jetzt davon. Also ich seh unten so ne Hälfte von so nem Kackstift und dann ewig nix und obendrauf bist du. Ja, der Kackstift geht aber bis zu mir. Warte, ich komm mal ein Stück näher vielleicht. Nö, du schwebst da so frei in der Luft. Und wenn ich jetzt buddel, was passiert? Du buddelst die Luft weg. Und jetzt die Erde. Wow, ich hab Vakuum geschaffen. Ja, so ungefähr. So, hallo. Hallo, schmeiß mal meinen ganzen Kram her. Pass mal auf. Hier, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Treff ich überhaupt? Ja, ja. Alles klar, warte mal. Pass mal auf. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Alles noch aus Stein bei dir. Ja, sag ich ja. Ich hatte nen Haufen Steinzeugen. Die Hälfte vom Eisen kannst du haben, die Hälfte von der Kohle kannst du haben. Äh, was willst du noch? Willst du auch? Brote kannst du haben. Ja, Brote wären nicht schlecht. Und hier sowas kannst du haben. Und hier, den kannst du noch haben. Äh, ja. Ja, ich würd sagen. Ach ne, hier, das kannst du auch noch haben. Was? Jetzt hab ich nie aufgepasst. Was war das? Ach, Erde. Äh, Erde. Äh. Das müsstest du alles wieder haben eigentlich, würde ich sagen. Ja, wir müssen Sand abbauen. Hab ich doch, ich hab 35 Sand. Guck mal, deshalb ist ja das Loch da. Ja, ich seh's grad. Alles klar, gut. Dann, äh, wo bauen wir nen Ofen? Machen wir den unten hin oder hier oben irgendwo? Äh, ja, lieber unten. Lieber unten. Sehr gut. Äh, wo ist die Höhle? Ne, da. Da ist die Höhle. Ja, genau. Nicht in Thaddeus. Hier, ich hab so nen super tollen Überweg gebaut. Kannst du gleich mal gucken? By the way, geh mal vor. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, dann folge mich. Ich folge dich. Und jetzt geht's hier hoch und wieder ins Loch. Nein, aber diesmal hab ich mir eine Brücke gebaut. Ähm, ähm, ah ja, guck. Hier rüber. Boah, edel. Lalalalalala. Damit man nicht mehr runterfällt. Und jetzt war's, glaub ich, da lang. Ne. Nein. Ist schon wieder falsch. Ne, doch. Das ist doch richtig. Nein, pass auf. Äh, Zombie. Stiert, stiert. Nein, da, da. Dann müssen wir hier so. Jetzt sind wir unten drunter. Hier lang, oder was? Nein, hier ist, hier ist falsch. Hier ist falsch. Ja, du, du, hier, pass auf, ich. Hier ist irgendwo was im Wasser. Ja, ich hör's. Pass auf. Wir sind jetzt hier oben. Und jetzt geht's nämlich hier durch. Da, so. Halt dich für ein Gerücht. Ja, ich irgendwie auch. Ne. Jetzt hab ich mich schon wieder verlaufen. Hier schreit mir so ein Zombie ins Ohr. Ja. Wie oft sollen wir eigentlich noch hier an diesem blöden Kiesgedöns vorbeilaufen? Ich weiß schon wieder nicht, wo's lang geht. Ich auch nicht. Nein, pass auf. Halt, halt. Hä? Wir sind vorhin... Es muss irgendwo hier in der Richtung sein. Ach so, wir müssen hier rum. Da. Da ist doch die Tür. Oh. Sollten wir uns mal ein Pfeil auf den Boden machen oder sowas. War ja einfach. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Ja, ich, ich baue schon mal einen Ofen. Ich setz mal ein Zeichen. Ich setz mal ein Zeichen. Beziehungsweise, Moment, ich hab ja Glas. Ich baue einfach schon mal was ab vom, vom, äh, hier Wasserfahrstuhl und so. Ja, das ist einfach an dem komischen, äh, hier Kies vorbei. Und dann da um die Ecke. Ja. Ich mach hier einfach mal, ich hab doch hier, äh, ähm, schwarze Wolle. Die setz ich jetzt einfach mal hier rein. Und ne Fackel drauf. So. Und dann werde ich jetzt einfach mal hier runterkommen. Oh Mann, das ist echt beängstigend, hier in diesem blöden Abgrund zu bauen. Ich, ich glaube, ich sterb gleich wieder. Hör auf zu schubsen! Oh, Entschuldigung. Ich baue einen Ofen. Damit ich was Sinnvolles zu tun hab. Sehr gut. So. Oh, was eine Beängstigung. In der Konstruktion. Wie viel Glas haben wir noch? Jetzt noch drei. Wenn ich jetzt nicht verkackt, sollten die genau reichen. Eins, zwei, drei. Ja. Ja, kann man doch jetzt mal ein bisschen gucken. Ich seh zwar nix, aber, äh, passt schon. Ja, ich seh hauptsächlich, wir setzen unten ein paar Fackeln hin und dann, dann passt das. Wir müssen eh am besten unten den, den Fahrstuhl einbauen, weil so verteilt sich das Wasser so blöd. Dann schiebt es uns irgendwo hin, wo wir gar nicht hinwollen am Ende. Ja, ich würde mal sagen, ich fahr mal vor, damit du nicht stirbst. Ich zücke das Schwert, Arsch. Au, nicht hauen. Ich zücke das Schwert und folge dir. Stell dich nicht so an. War nur ein Schwert, stell dich nicht so an. Ah genau, auf Stichwort. Entschuldigung, ich wollte was essen. Ich räume mal hier hinter dir auf. Die ganze Erde, die ich verliere. Ja. Attacke. Äh. Jetzt. Ah. Ah. Wow. Ich seh nichts mehr. Ich bin blind. Oh, ich bin hier gelandet. Warte, ich war mal hell. Du bist an mir vorbeigefahren. Ah, nein, ich fahr runter. Nein. Oh, gut. Okay, äh, wo bist du? Eins unter mir, oder was? Ach, da bist du. Hallo. Hier oben ist ein Creeper, musst du aufpassen. Ja, ich, ich weiß nicht. Hier unten seh ich Redstone, Kohle, Eisen, Lava. Warte mal, kann ich mich irgendwie runterbauen zu dir? Ja, aber wenn du hier direkt unter dem, wo du stehst, wegbaust, landst du auf einem Vorsprung. Darfst du eigentlich verbocken. Nee, will ich aber nicht. Ich will, ich will mir hier eine Treppe bauen. Ach so, pass auf. Äh, so. Achtung. Da steh ich drauf. Ich wollte mir eine Treppe bauen, na egal. Ist ja wurscht. Wir machen alles mal hell hier, damit, äh, ja, damit hier nichts spawnt und uns dann umhaut. Ach so, äh, Fackeln habe ich keine, mein Freund. Ja, dann bau dir welche. Ja, warte mal. Äh, so. Und dann, äh, bäh. So wirst du, der Creeper sitzt genau da oben, wo die Spinne auch sitzt, der fällt bestimmt runter und geht dann hoch. Wo sitzt ein Creeper? Genau eigentlich jetzt hier über uns. So, ein bisschen da. Ja, das ist schlecht. Ja, warum stehen wir eigentlich auf diesen blöden Vorsprung? Wir fallen nicht. Weil es hier weitergeht. Guck, hier ist ein Loch. Oh, da ist gerade eine Spinne. Aha! Hier ist eine Pilzhöhle. Sehr gut, Pilze können wir mitnehmen, da können wir uns Pilzsuppe draus machen. Ja, toll. Hier ist eine Pilzhöhle, ein Pilzloch. Ja, dann nimm mal die Pilze mit. Ich nehme so lange hier das Eisen mit. Pilze, für die Pilzsuppe. So, bin ich noch laut genug überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, 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 ja. Ja, das passt noch, alles klar. Oh, hab ich mich erschreckt, dabei war das nur so ein drehender Stein. Creeper, da ist er. Willst du snipern? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier unten, guck mal da runter. Ah! Ah! Piepkaboo! Oh. Jetzt ist er in die Lava gefallen und tot. Oh, sehr schön. Alter, taucht er auf einmal da auf, ey. Hat er sich einfach mal hochgebeamt, oder was? Hochgebackt, ey. Ich würde sagen, wir gehen runter, oder? Da hinten ist ein Skelett. Ja, ich weiß, aber ich... Oder wir bauen uns da rüber, guck mal, hier einmal... Aua! Ja! Geh mal weg da! Ja, hör auf zu stumpfen, du Arsch! Aggression! Möööö! Oh, das soll dich besser nicht machen. Geht noch. Hast du ja gestern auch nur gebrüllt, oder? Ja, bislang. Soll ich mich jetzt mal hier rüber morfen, mit so einer geilen Brücke? Ja, mach das mal. Ich, äh, keine Ahnung, ich halte hier die bösen Tiere vom Leib oder so. Also, alles klar, pass auf. Wahrscheinlich fall ich jetzt voll in die Lava. Schön machst du das. Sehr gut, ich komme mal zum Stumpen. Klasse. Sind wir schon da? Noch eins. Jetzt sind wir da. Huh! Alles klar! Warte mal. Guck, der Creeper steht genau über dir. Der guckt uns die ganze Zeit zu. Gut, dass die intelligenter geworden sind und nicht mehr über Kanten springen, weil sonst wäre der schon längst runtergefallen und hätte uns und sich und so in die Luft gejagt. Bin ich schon da? Ja. Pass auf, aber der nervt, der guckt so blöd. Hey, der hat mich dumm angeguckt, ey. Mach ihn, mach ihn tot. Mach ich Messer. Mach ich Pfeil und Bogen. Oh, die schöne XP in die Lava. Oh, Mann, ey. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter und gucken mal, weil hier geht es nämlich runter, das ist schon mal gut. Ja, die Richtung stimmt, das ist fein. Oh. 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 Ja. Ich gehe mal hier lang, oder? Ja, würde ich sagen, äh, warte mal. Hier ist ganz schön hoch und so. Was hoch und so? Hier drüben ist noch mehr Lava. Oh, da geht es runter. Ne, da wollen wir nicht hin. Hier ist, äh, Dings, äh, da Gold, aber ich habe keine Eisenspitzhacke. Hier ist da Gold, äh, weißt du? Musst du abbauen, wenn wir es mitnehmen wollen. Ja, pass auf, ey, ich mache erst mal Licht. Es werde Licht. Ich bin doch hier in Elektriker und so. Ja, gut, dann baue ich jetzt mal Gold ab. Solange hier nichts ist. Mach das dann, 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 äh, da. So. Ja, gut. Das Wasser mal aus hier. Ah, okay. So, Wasser aus.